hallo meine lieben ja ich begrüße euch ganz herzlich ich wollte euch nur ankündigen ich bin heute das erste mal live und zwar beim silenzium 141 ja ich bin schon ein bisschen aufgeregt aber freue mich natürlich total drauf es geht um filme ja um was denn sonst und wenn ihr lust habt dann schaut doch einfach mal vorbei bis später eure kassandra ciao